Weihnachten ist ein Fest der Liebe, dass ich nicht lache. Es ist nicht das Fest der Liebe, nein. Es ist das Fest der vielen Lügen. Jeder Vollidiot, der Kinder hat, sagt seinen Kindern, sie sollen artig sein, aber sind selber kein gutes Beispiel. Jeder hat Scheiße gebaut, jeder hat Leichen im Keller. Deswegen, wieso lügen? Liebe sollte man wirklich fühlen und es nicht vorlügen, was die meisten an diesem beschissenen Feiertag tun. Sie lügen und lügen und lügen. Eure Kinder zum Beispiel belügen euch das ganze Jahr und an Weihnachten erst recht. Und zwar bei der Frage, ob sie irgendwas angestellt haben. Nein, natürlich nicht Mom. Nein, natürlich nicht Dad. Und was ist? Am Ende ist euer Hund tot. Grund? Durch Vergiftung. Warum? Weil eure dummen Kinder ihm Schokolade gegeben haben, obwohl ihr gesagt habt, sie sollen es nicht tun. Und eure Eltern erst recht, die lügen doch schon ständig. Schon allein wegen dieser Scheißfrage. Warum könnt ihr nicht so artig sein wie wir als Kinder? Wir Eltern sind immer artig. Wir Eltern haben immer auf unsere Eltern gehört, als wir in eurem Alter waren. Ja, nee, ist klar. Ihr habt wahrscheinlich sogar noch eine größere Scheiße gebaut, als eure Kinder. Wieso, ich diese Ketzer hasse. Diese Lügner. Und die größte Lüge von allen sind die Mädchen. Das perfekte Beispiel dafür ist Coca-Cola. Und die Erfindung des dummen, dummen Weihnachtsmannes, der sich ständig in Rot kleidet und immer wieder den Kindern versichert, er sei real. Doch, aber in Wahrheit ist er alles nur Fake. Alle Show. Dieser fette, fette Hurensohn. Ich hasse deswegen auch Einkaufszentren an Weihnachtstagen. Wenn ich diesen fetten, in Rot gekleideten Hurensohn sehe, dann möchte ich ihn am liebsten abstechen. Ich hasse Lügner. Ja, und warum ich dir das erzähle, George? Na, ganz einfach. Du warst eine dieser Weihnachtsmänner. Jetzt trägst du kein rotes Kostüm mehr. Keinen weißen Aufsatzplüschbads. Was bist du dann? Was bist du jetzt? Ganz genau. Ein kleines, fettes Würstchen. Noch dazu ein arbeitsloser Hartz-Vie-Empfänger. Abgesehen von diesen kleinen Minijobs, wo, naja, dieser Weihnachtsmann auftritt, dazu gehört. Und mitunter darum reinfließt. Und jedes Jahr an Weihnachten die armen kleinen Kinder belügt. Oh, solche fetten Schweine wie du verdienen nur den Tod. Dass ausgerechnet du hier gefesselt sitzt und auf den Tod wartest, bis das Gift anfängt zu wirken, was ich dir verabreicht habe, war definitiv ein Zufall. Du warst einfach am falschen Ort zur falschen Zeit, weißt du. Und jetzt erwartet dich das, was am ehrlichsten ist auf dieser Welt. Und weißt du, was das ist? Ich verrate's dir. Den Tod natürlich. So, howdy home and creepy fans. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video, diese kleine Preview-Pasta von mir. Ich hab ja gesagt, die Woche kommt noch eine Preview-Pasta, heute ist der Tag. Und ja, heute streame ich wieder und zwar Skyrim mal wieder. Schaltet mal rein von 22.30 Uhr bis so 23 Uhr oder Ende offen. Je nachdem, je nachdem wie ich Bock hab. Und ja, dann schlüpfen wir mal wieder in die Rolle des Dowakinen. Wie sagt man so schön, Himmelsrand gerührt den Ort.